Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Gangster, verlorenes Koks, Goldraub, Knast, Köftespieß, alles oder nix Records. Richtig, es geht hier heute um Khatars Biografie Rheingold von Fatih Akin. Ich habe den Film nicht gesehen, dafür aber mein geschätzter Kollege, denn ich bin natürlich nicht alleine. Diesmal haben wir an unserer Seite West Coast Stu. Hallo, danke für die Introduction. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und ich werde jetzt darauf verzichten, weitere Manierismen des Gangster-Raps hier aufzufahren, denn das könnte hauptsächlich nur peinlich werden. Gut, ich als alten Rap-Fan hatte mich natürlich darauf gefreut. Und als ich gesehen habe, oh, Fatih Akin als Regisseur, ließ mich das natürlich aufhören, aufhorschen. Aber kommen wir erstmal zur generellen Frage. Kannst du was mit Khatars anfangen mit seiner Musik? Ja oder nein? Du hast ja schon zum Beginn dieses Wörtchen Goldraub benutzt. Und ich weiß noch vor vielen Jahren, das war glaube ich 2009, ja 2009, da ging es ja durch die Schlagzeilen, dass ein Rapper einen Goldtransport überfallen hat. Und das war eigentlich alles, was ich mir Xata oder Xata oder wie immer ja gut ausgesprochen wird, in Verbindung gebracht habe. Und ich bin halt einfach in dieser, ich sag mal, Rapszene nicht drin. Rap ist einfach nicht meine Musik. Lass die Mist gabeln zu Hause. Ich sage nicht, dass Rap scheiße ist, Gott bewahre, aber es ist halt einfach nicht meine Musikrichtung. Und muss sagen, dass ich ihn auch dann, als ich den Film geguckt habe, zu Beginn auch verwechselt habe mit einem anderen Rapper. Und wurde dann erst später aufgeklärt. Also deswegen, ja, ich bin jetzt West Coast, East Coast, North Coast, South Coast, ich bin No Coast. Okay, aber ich denke, du kannst schon mal unseren lieben Zuhörern erklären, worum es geht, oder? Erzählt wird das Leben von Xata, bürgerlicher Name Jiva Hadjabi. Und erzählt wird wirklich, wie seine Familie Ende der 80er halt schon in Syrien in den Konflikt gerät. Er erzählt, wie er als Kind im Gefängnis gelebt hat, weil ihm seine Eltern inhaftiert wurden. Er erzählt von seiner Flucht, die von Paris bis hin nach Köln-Bonn führt. Und er erzählt natürlich auch von den Anfängen seiner Rap-Karriere und auch natürlich von diesem legendären Goldraub. Dazwischen gibt es noch Station in Amsterdam. Und ja, es ist ein klassisches Biopic, würde ich fast sagen. Ja, okay. Als Regisseur haben wir ja jemanden Bekanntes, der auch eher für härteren Stoff bekannt ist. Und inwieweit drückt Akin denn seinen Stempel auf? Ich mag die Filme von Fatih Akin sehr. Seine letzten beiden, Der goldene Handschuh und Aus dem Nichts, habe ich wirklich sehr genossen. Wobei genossen jetzt das falsche Wort ist vielleicht. Und war schon sehr gespannt, denn so Milieustudien, sage ich mal, kann er ja wirklich gut. Er hat ja auch mit einer sehr starken Milieustudie damals angefangen, kurz und schmerzlos. Ähm, ich finde, das ist schon so ein Film, der passt gut zu Akin. Ähm, ob er jetzt seinen Stempel aufgedrückt hat, ja, ich hätte jetzt Schwierigkeiten, jetzt klar aufzuzeigen, was jetzt so die typischen Trademarks von Fatih Akin sind. Ähm, aber er bewegt sich da schon in dem Milieu, sage ich mal, dass er als Regisseur schon das ein oder andere Mal beackert hat. Und tatsächlich, also initiatorisch ist der Film echt okay, würde aber sagen, dass das von seiner Regiearbeit her vielleicht eher so ein Film aus der Kategorie solide ist. Okay. Konzentriert sich der Film eher auf den Goldraub oder ist es, ja, so ein Mischmasch? Es ist eher ein Mischmasch. Also, ähm, der Film geht 140 Minuten, was wirklich einfach zu lang ist. Also, du merkst die Länge auch. Und es ist zum einen zwar ganz gut und ganz schön, dass sich Akin wirklich auch Zeit lässt und auch mal so die Hintergründe erzählt. Also, gerade von seinen Eltern, ähm, also, der, sein Vater war ein gefeierter Komponist, der aber halt eben fliehen musste aus Syrien, weil er halt Kurde ist. Und er wurde auch gefoltert, genau wie die Mutter. Also, alles sehr unschöne Sachen. Ähm, und dann kommt irgendwann halt dieser Goldraub, der auch viel Zeit, äh, in Anspruch nimmt. Und das Problem ist aber, dass das alles nicht so wirklich wie aus einem Guss wirkt. Das wirkt wirklich teilweise so, als ob in diesem Film drei verschiedene Filme sind. Meinst du eher so episodenhaft, dass, dass die Stationen abgeklappert werden und man dann zum Nächsten springt, oder? Gar nicht mal so sehr episodenhaft, aber einfach, dass du das, also, ich hatte das Gefühl, das ist pass gerade nicht. Also, du hattest so das Gefühl, okay, er erzählt mir jetzt was. Zum Beispiel halt eben, wie die Eltern halt nach Bonn kommen und wie der Vater halt versucht, als Komponist zu arbeiten und dann auch irgendwie eine Anstellung findet. Und dann denkst du, okay, es ist irgendwie auserzählt, jetzt dieser Part, aber dann machen sie noch weiter. Und das zieht sich dann. Und dann kommt der nächste Part und der fühlt sich dann auch irgendwie wie drangehängt an. Und dann kommt wiederum der nächste Part, der fühlt sich auch wie drangehängt an. Also, im Prinzip kannst du sagen, es sind drei Geschichten drin. Einmal halt so die Anfangsgeschichte, die beginnt mit dem Syrien-Konflikt, mit der Flucht. Dann die Geschichte seiner Jugend, wo er halt eben wirklich gucken muss, dass er als kleiner Hempfling halt eben sich so, dieses typische Ghetto-Klischee, sich seinem Mann stehen lässt, wo er eben auch ins Kampfstudio geht und sich wirklich trainieren lässt, damit er halt eben nicht mehr rumgeschubst wird und dann halt eben die Geschichte von seiner kriminellen Karriere, sag ich mal. Du hast es schon erwähnt, also 140 Minuten, das ist ja schon ein Brett. Von den Darstellern kenne ich tatsächlich, weil ich im Deutschfilm ultraschlecht bewandert bin, keinen einzigen. Können die die 140 Minuten halten? Du hast schon angedeutet, dass es etwas zu lang ist, aber die Leistungen der Darsteller? Also, was Fatih Akin, glaube ich, wirklich herausragend kann, ist Schauspielerführung. Das macht er auch hier. Das sind alles jetzt meistens Schauspieler, von denen hast du noch nie was gehört. Also, es ist jetzt kein Elias Mbarek oder Til Schweiger oder Jan-Josef Liefers, aber das sind halt wirklich gute Darsteller. Und der Hauptdarsteller, der heißt Emilio Sacraia, den habe ich kurz bevor ich Reinengold gesehen habe, in dieser Komödie Kalte Füße gesehen auf Netflix. Und wenn du diese Komödie siehst Kalte Füße, kommst du nicht im Leben drauf, dass der diesen Xatar spielt. Aber das macht er wirklich gut. Der hat eine gewisse Physis, der bringt trotzdem sehr gut das, ich sag mal, das Innenleben von dieser Figur zum Vorschein. Der macht das wirklich richtig, richtig gut. Es ist jetzt nicht so wie Jonas Dassler bei der Goldene Handschuh. Also, das war ja wirklich eine komplette Metamorphose. Aber trotz allem, wenn es einen ganz, ganz großen Pluspunkt in Reinengold gibt, dann war das für mich wirklich der Hauptdarsteller. Hm, okay. Dann eine Frage, und zwar, weißt du, wo das Gold ist? Frage für einen Freund. Ja, der Film endet damit, dass es verraten wird. Oh. Nein, Quatsch. Nein. Ähm, es ist, es ist tatsächlich so, dass der Film schon, ja, ja, Running Gag ist jetzt übertrieben, aber der Film endet mit einem, mit einer Szene, die schon so ein bisschen Augenzwinkern beinhaltet. Und, äh, ja, ich persönlich wusste gar nicht, dass das Gold nie gefunden worden ist. Ähm, und der Film gibt jetzt auch wirklich nicht, äh, irgendwie vor, dir jetzt irgendwie weismachen zu wollen, vielleicht ist es ja hier, oder vielleicht ist es hier. Nee, am Ende, die letzte Szene, äh, ist schon so, ähm, eher mit einem gewissen Augenzwinkern zu verstehen. Also, wer jetzt wirklich glaubt, dass er jetzt, äh, durch den Film erfährt, wo dieses Gold halt ist, nee, tut mir leid. Schade. Also, vom Saulus zum Paulus, inwieweit ist die Wandlung nachvollziehbar und die Frage, wo darauf folgt, ist, inwieweit wird seine Gangster-Vergangenheit denn glorifiziert? Weil gerade so die ersten, oh Gott, ich glaub, die ersten zwei Alben sind ja schon so das typische Rap-Gangster, ich verticke Koks und, äh, sonst irgendwas. Wie ist es im Film? Ich finde, der Film hat tatsächlich mit der Figur ein Problem, denn der Film versucht ihn ambivalent zu zeigen, aber er, es gelingt ihm nicht richtig. Ähm, ich hatte oft das Gefühl, dass der Film die Figur Xatar dann doch zu geil findet, obwohl er gerade wirklich richtig große Scheiße abliefert. Also, nur als Beispiel, es gibt eine Szene, wo er halt, äh, einer Frau, einer unbeteiligten Frau, wirklich, im Prinzip wirklich grundlos mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt und die arme Frau fliegt dann erstmal 3,50 Meter durch die Luft. Und wo der Film, glaub ich, schon sagen will, pass auf, er ist grad das größte Arsch auf den Planeten, aber es kommt einfach nicht so rüber. Es kommt einfach so, so dieses, dieses, dieses Problem, was man ganz oft bei so Gangster-Filmen hat, dass diese Personen dann doch zu faszinierend und dann noch zu glorifiziert wirken, äh, als dass, äh, die Kritik an ihnen wirklich haften bleibt. Das ist halt echt schade. Ähm, dazu muss ich sagen, dass diese, dass seine Lebensveränderung, ich meine, er kommt ja auch in den Knast, auch das ist ein Teil des Films und nimmt ja sein erstes Album auch wirklich im Knast auf. Das wird auch erzählt, ähm, aber, ey, diese Wandlung von, ich bin der größte Gangster-Motherfucker aller Zeiten und ich fick euch alle tot und so, ähm, hin zu, ich bereue, was ich getan habe und ich bin jetzt ein besserer Mensch, ähm, das geschieht so, weiß nicht, so als ob jemand so einen Hebel umgelegt hätte, so, ach, ich bin jetzt übrigens gut, fertig. Das ist ein bisschen, das wirkt ein bisschen faul tatsächlich, gerade wenn man bedenkt, dass der Film 140 Minuten lang ist, aber dann dafür, für eine nachvollziehbare Wandlung des Charakters irgendwie nicht so wirklich die Muße hat. Okay. Ja, schade. Da hab ich gedacht, da traut er sich vielleicht etwas mehr. Er wird halt, also man merkt manchmal schon, dass er schon in sich geht und überlegt, was mach ich gerade für Scheiße, aber das ist viel zu kurz und vor allem er konterkriegert das auch immer. Es gibt eine Szene, da, da gibt's einen Verkehrsunfall und er verprügelt halt den, den Unfallverursacher, aber jetzt nicht, also zwar relativ schnell, aber schon so, wo du merkst, okay, der, der könnte den jetzt auch umbringen, der hat ja kein Problem mit. Ähm, weil, also, es gibt so eine, so ein, also dieses, dieses, ähm, Phase im Film, wo erklärt wird, wie er halt kämpfen lernt. Und da wird auch sehr deutlich gemacht, dass der halt nicht nur lernt, wie, wie, äh, schlage ich jemanden K.O., sondern wirklich, wie kriege ich jemanden effektiv dazu, dass der nicht mehr aufsteht, ne? Hm. 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 Gut. Oh, eigentlich hätte ich meine Liste soweit abgearbeitet. Gibt's noch was, was du beitragen möchtest? Ja, er hat auch ein, wie ich finde, Problem mit, äh, mit der Wertigkeit von Figuren. Es gibt zum Beispiel eine Figur zu Beginn des Films, gespielt von Dennis Mojito, der leider auch hier wieder irgendwie verschenkt ist, was ich sehr traurig finde, weil ich den sehr gut finde. Der spielt halt so seinen, ich sag mal, Produzenten. Da geht der Junge Xhata hin und rappt mit dem und das ist natürlich ganz toll und super. Und dann wird diese Figur einfach fallen gelassen. Die kommt, die taucht dann erst wieder zum Schluss auf und da wirkt's, will der Film ja dann weiß machen, ja, die sind halt, waren immer die ganze Zeit Best Friends und Best Buddies. Und dann fragt man sich aber, ja, aber dann zeig mir das doch. Du kannst nicht einfach eine Figur in den ersten 20 Minuten als wichtig etablieren, dann 100 Minuten nie vergessen und dann in den letzten 20 Minuten sagen, ja, übrigens, der war die ganze Zeit da. Ah, das bieter. Ja, ansonsten vielleicht auch noch, also, ich bin halt, wie gesagt, kein Fan von diesem Mann, äh, ich, ich kenn seine Musik auch nicht, deswegen wertfrei, ähm, ich glaube, wenn man die Musik kennt, wenn man mit seiner Personalie auch vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann als ich, der halt einfach gefühlt zehn Minuten vor Filmbeginn halt sich so einen halben Wikipedia-Artikel durchgelesen hat, ähm, glaube ich, dass Rheingold dann wirklich ein netter Film ist, ja, er ist einfach zu lang, äh, und was man ihm auch noch zugutehalten muss, ist, dass er tatsächlich diesen Heist, diesen Goldcube, äh, ungewöhnlich, nicht, nicht ungewöhnlich, aber durchaus amüsant inszeniert. Es ist jetzt keine Komödie, Gott bewahre, und es ist auch ganz weit weg von Ocean's Eleven, also bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt schon durchaus so Momente, wo ich, die ich amüsant fand. Natürlich kann man dann auch wieder darüber streiten, tut es, oder ist die Aufsage des Films jetzt so gut, wenn man die Polizei als die letzten Volldeppen da, darstellt. Aber so wie ich es verstanden habe, äh, da könnt ihr mich in den Kommentaren ja gerne berichtigen, wenn ihr da mehr Ahnung habt, aber der Film sagt mir zumindest, dass das wohl auch vor Gericht, äh, festgelegt wurde, dass halt wirklich die Polizei bei diesem Goldcube, ja, fast schon ein bisschen mitgeholfen hat. Und mehr will ich nicht verraten. Ja, das stimmt. Also die, die Hintergrundinformationen, die ich dafür auch noch gefunden habe, wenn das alles wirklich so stimmt, dann, äh, dann guten Nacht. Ja. 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 Wie gesagt, wenn ihr halt, äh, Xata kennt, ihn vielleicht sogar mögt, Fan seid, dann auf jeden Fall, Anschaubefehl, wenn ihr Biopic-Kino mögt, dann geht da auch gerne rein, ähm, vielleicht noch eine kleine Warnung, der Film hat durchaus hier und da ein paar überraschende Härten. Nein, er ist nicht der goldene Handschuh, also der WSK-16-Freigabe von Rheingold passt perfekt, aber nur so als kleine Warnung, denn, wie gesagt, ich war ein-, zweimal dann doch überrascht, wie hart er ist. Okay, dann hätten wir uns die Ansage nach der Bewertung auch gespart. Du hattest schon rausgehauen. Ja, von meiner Seite aus gibt's da tatsächlich, ah, doch, äh, wie ist denn der Soundtrack? Das würde mich noch so interessieren, gerade auch so für die Rap-Fans. Ähm, ganz ehrlich, ich, mir ist da jetzt Soundtrack-technisch nicht so richtig viel aufgefallen. Also, du hörst tatsächlich viel klassische Musik, weil eben sein Vater ein Komponist ist und der Titel Rheingold macht's ja auch sehr deutlich. Ähm, aber ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, dass der Soundtrack-Arc-Rap-lastig ausgefallen ist. Äh, ich kann vielleicht noch sagen, dass diese Rapperin Schwester Eva sich selbst spielt in der kleinen Rolle. Das wurde mir vom Abspann noch mit auf den Weg gegeben. Ansonsten, da ich ja auch kein Rap-Experte bin, aber wenn ihr jetzt hofft, dass ihr da jetzt irgendwie, glaube ich, so einen Film vorgesetzt bekommt, der allein schon deswegen geil ist, weil er irgendwie die 140 Minuten lang krasse Rap-Tracks aufs Ohr drückt, das ist es nicht. Okay, also, die Schwester heißt Ewa und es heißt Chathar und nicht Zathar. Übe sie an ihrem Ch. Gut. Wer hat ihm diesen Namen gegeben, eine Katze? Ach, das wird albern jetzt. Ich würde es auch sagen. Dann verabschiede ich mich schon mal und der liebes Du darf diesmal zum Schluss. Ciao, ciao. Ciao, ich küsse eure Herzen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.